Bandit Tricep Extension, jetzt kommt es, mit dem Schnappbösch und dem Band hängt es in den Rig & Wreck oben rein, dann kommt die Rippe wie gewohnt runter, die Schulterblättern zusammen, Ellbogen eng am Körper und dann versucht ihr den Arm zu strecken, zieht das Band in die Hosentasche rein, langsam kontrolliert wieder hoch, ohne dass das Ellbogen mitgeht, langsam kontrolliert wieder rein, zieht das Band auseinander und wieder zurück, so wie der Christus so wunderschön war, das ist so schön, ich bin voll die Tränen.